Gute Ergebnisse entstehen durch konsequente, kluge und zielgerichtete Arbeit. Sie bedürfen einer klaren Planung und Durchführung sowie der Reduzierung von Stress auf ein Minimum. Mit über zwölf Jahren Erfahrung stehe ich an Ihrer Seite, um gemeinsam mit Ihnen Ihr Projekt zu planen und gewissenhaft zu vollenden. Lassen Sie sich von den zahlreichen und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren, die das Malerhandwerk zu bieten hat. Das Unternehmen Philipp Jahn spezialisiert sich auf moderne und dekorative Gestaltungen im Innenbereich. Zum Leistungsspektrum gehören individuelle Kreativtechniken, das Kleben von besonderen Wandbelegen wie Foto- oder Mustertapeten und qualitativ hochwertige Beschichtungen. Neben den gewöhnlichen Malerarbeiten aus dem Bereich der Instandhaltung und Instandsetzung, biete ich unverkennbaren Service. Sie erwarten Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft und volle Aufmerksamkeit? Genau diese Eigenschaften und die Leidenschaft für meinen Beruf bringe ich an jedem Tag und bei jedem meiner Kundentermine ein. Ich berate Sie mit Fachkompetenz in Fragen der Farbgebung, Stile, Einrichtungen und anderen Themenbereichen. Meine Aufgabe sehe ich darin, sich mit Ihnen zu identifizieren, um eine auf Sie persönlich abgestimmte Leistung bieten zu können. Ich möchte Ihnen Sicherheiten geben, ein gutes Gefühl und positive Erinnerungen hinterlassen. Wenn Sie bereit sind, dann bin ich es erst recht. Philipp Jahn, Meister des Malerhandwerks. Ausgleichs. Ausgleichs. Ausgleichs Vijay. Ausgleichs. Untertitelung des ZDF, 2020